Heute zeige ich euch ganz einfache Schinken-Käse-Schnecken. Dazu braucht ihr eine Packung geriebenen Käse, einen Becher Creme Frech mit Kräutern, eine Packung Kartenschinkenwürfel und eine Rolle Blätterteig. Zuerst wird der Teig mal ausgerollt. Anschließend mit Creme Frech bestrichen. Wenn ihr das Creme Frech überall verteilt habt, kommen die Schinkenwürfel darüber. Im Anschluss noch den Käse dazugeben. Wenn ihr alles gut verteilt habt, das Ganze zusammenrollen. Jetzt das Ganze noch in Scheiben schneiden und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. So geht das Ganze dann für 20 Minuten in den auf 180 Grad vorgeheizten Backofen. Wenn sie schön goldgelb gebacken sind, aus dem Backofen nehmen. Jetzt noch etwas abkühlen lassen und genießen. Ich wünsche guten Appetit!